Für eine gute Sprech- und Singstimme sind Klang und Volumen essentiell. Wie kommen wir zu Klang und Volumen? Indem wir Kopf- und Bruststimme zueinander führen. Eine Übung, die ich in meiner Ausbildung kennengelernt habe, möchte ich dafür zeigen. Sie nennt sich, oder ich nenne sie, die Senna jodeln am Berge. Wir beginnen mit dem Einfädeln des Tons. Hi, 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 da sind wir ganz in der Kopfstimme. Wir setzen fort mit dem Ziehen von Pfeilen, wie aus einem Köcher. Die, 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 die. Auch hier sind wir noch sehr in der Kopfstimme. Und jetzt fängt die Mischung an. Die, wie mit einem Scheibenwischer. Und schließlich, die, ziehen wir den Ton herunter bis auf die Brust. Die Senna jodeln am Berge. Die Senna jodeln am Berge. Wir haben mehr Volumen und mehr Klang in der Stimme.